Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Auch heute wieder kurz und kompakt in einem Video zusammengefasst. Rund um Ko Itakura gibt es immer weitere Details, die durchaus spannend werden für einen möglichen Deal von unserer Seite. Denn mittlerweile ist ja klar, wir Schalker müssen uns extrem strecken, um die Kaufoption in die Sorge ziehen zu können. Denn bis zum 31. Mai haben wir ja noch Zeit, die Kaufoption, die ja irgendwas um die 5,5 Millionen Euro beträgt, zu ziehen. Sein Vertrag bei ManCity läuft nur noch ein weiteres Jahr, deswegen wird er auf jeden Fall im Sommer verkauft. Die Frage ist halt nur, wohin? Denn sollten wir die Option nicht ziehen, gibt es wohl aus der Bundesliga reichlich Interessenten aus den Rängen 5 bis 10, wie man so hört. Also auch durchaus Vereine, die finanziell, aber auch sportlich nochmal mehr bieten können als wir. Zudem auch ein durchaus spannendes Detail, Ko Itakura sieht sich wohl als Sechser. Vielleicht auch nochmal eine bestimmte, ja, eine Randnotiz, die nicht ganz unwichtig ist für mögliche Verhandlungen. Denn klar ist nämlich laut der WAZ, dass wir Schalker selber mit Ko Itakura noch einen Vertrag aushandeln müssten, sollten wir die Kaufoption ziehen. Und auch das ist wieder so ein bisschen problematisch, weil logischerweise durch das Interesse anderer Vereine, den Aufstieg und so weiter und so fort, Ko Itakura direkt zum Topverdiener werden würde bei uns. Und auch das muss man immer alles einberechnen, weil man auf Schalk ja weiterhin solide Wirtschaft möchte und auch nur das Geld ausgeben will, was man einnimmt. Und wenn man eben dann auch nehmen und ablösen und hohes Gehalt zahlen muss, was noch gar nicht ausgehandelt ist, dann wird die ganze Geschichte nochmal komplizieren und da sind wir nicht echt gespannt, was bis nächste Woche passieren wird rund um Ko Itakura. Wie Schalke-Fans sehen er immer wieder extrem gerne junge Talente aus der knappen Spiele im Profikader und auch in der aktuellen Saison war das ja wieder der Fall. Bestes Beispiel war sicherlich Malik Chau, der eine feste Größe, ja, in der Startelf auch sogar wurde. Aber auch Kerem Czalanukl und vor allem Memo Aydin haben sich einen Vordergrund gespielt. Nach guter Sommervorbereitung kam er ein in den Hinrunden auch zu wirklich vielen Einsätzen und wurde zwischendurch sogar Stammspieler als rechter Schienenspieler im 3-5-2-System. Und dann gab es diese schwere Oberschenkelverletzung. Aber auch unser Käpt'n Dani Latsa schwärmt über Karat Memo, wie er ihn nennt. Memo ist einer, der immer Gas gibt. In jedem Training, in jedem Spiel, mit seinem tollen, tollen Hinspiel gegen Ingolstadt hat er sich selbst belohnt. Das wird er mit Sicherheit nie vergessen, lobt der Routinier. Und auch für unseren Links-Adeidiger Kerem Czalanuklu hat Latsa nur lobende Worte parat. Weil er in der N-Stücke nämlich da war, als er gebraucht wurde. In der Endphase der Saison, als er Thomas Owe an uns einige Wochen gefehlt hat. Denn obwohl Czalanuklu bis eigentlich März kaum Spielpraxis sammeln konnte, hat er sofort performt, als er in die Startelf gerutscht war, wie Latsa es beschreibt. Mit gerade mal 19 Jahren einen Spieler wie Thomas zu ersetzen, ist schwer. Aber Kero hat das super gemacht. Siebenmal durfte er dann auf links starten. Und er hat dabei zum einen mit wirklich guten Flanken, aber auch seine Einheitsbereitschaft überzeugt. Natürlich hat er auch defensiv seine Probleme gehabt. Aber er ist halt auch noch ein sehr, sehr junger Spieler. Und deswegen ist natürlich auch da die große Frage, wie plant Schalke mit den Talenten in der Fußball-Bundesliga? Ich denke, mein Memo Eidin ist sicherlich ganz klar eingeplant für den Profikader. Als vor allem auch flexibler Spieler ist er eigentlich aus dem Mittelfeld. Normalerweise sogar in der Jugend Zehner gespielt. Mittlerweile eher als rechter Verteidiger unterwegs. Also der könnte zu unserer Allzweckwaffe werden. Und auch Czalanuklu zumindest im Ansatz gezeigt, dass er Owe an mal ersetzen kann, wenn es denn sein muss. Natürlich ist aber auch klar, er ist noch ein sehr, sehr junger Spieler. Nochmal auch unerfahrener als Memo Eidin bedingt, weil er halt bislang nur Backup war, wo man sicherlich dann abwägen muss. Inwiefern Spielpraxis oder dann doch weitere Entwicklungen auf Schalke die richtige Entscheidung ist. Bislang ist es ja auf Schalke noch relativ ruhig, was die Trainerentscheidung angeht, aber natürlich auch weitere Transfers. Leo Greimel wie auch Cissé sind schon fix als neuer Innenverteidiger. Marvin Piringer, Thomas Ovian sowie Rodrigo Salazar wurden fest verpflichtet. Viel mehr ist auch noch nicht passiert. In einigen Tagen gibt es eigentlich gar nichts zu vermelden. Deswegen natürlich die große Frage, wie läuft eigentlich Schalkes Kaderplanung? Und wie man natürlich jetzt schon mitbekommen hat, hängt da einfach extrem viel von Ko Itakura ab. Sieht man, doch die Kaufoption wird nämlich die Kaderplanung nochmal deutlich verändert. Denn man hat zum einen dann eine relativ hohe Ablösung bezahlt, zum anderen dann auch ein relativ hohes Gehalt, wodurch vom möglichen Bundesliga-Etat schon einiges verbraucht sein wird. Deswegen muss man einfach aktuell sagen, dass wir bedingt durch Osankabak, Arid, Matondo, Bostuan relativ wenig planen können. Besser gesagt, es extrem wenig Budget für mehrere Verstärkungen gibt. Denn auch unsere Finanzvorstandin Christina Rühlhamers sagte ja mal, mit mir als Finanzvorstand wird es keine Wette auf die Zukunft geben. Wir geben nur das Geld aus, was wir haben und nicht das, von dem wir glauben, es in Zukunft zu haben. Sicherlich eine solide wie auch richtige Einstellung, auch vernünftig, wodurch aber natürlich dann auch einige Spieler möglicherweise gehen werden. Andererseits ist deswegen auch klar, dass man, wenn man eben Kuhi Takura holt, bei zukünftigen Transfers ein bisschen aufpassen muss. Denn laut der Watts muss man dann hauptsächlich auf Leinen wie auch ablössefreie Spieler zurückgreifen. Eine All-In-Taktik wird es deshalb nicht geben. Also, dass man lieber Schulden eingeht und dafür den Kader verstärkt. Da muss Schröder nochmal flexibler wie auch einfallsreicher werden bei möglichen Transfers. Weil es denn klar ist, wir brauchen Verstärkungen. Ein neuer Torwart soll kommen, ein neuer rechter Verteidiger soll kommen, ein neuer Stürmer soll kommen. Und das sollen natürlich auch alles Leute sein, die uns direkt weiterhelfen können. Und wenn man eben Kuhi Takura hält, hängt das natürlich auch mit der Kaderplanung zusammen, weil dadurch deutlich weniger Budget zur Verfügung steht, genau um solche Spieler hinzuzuholen. Auf dem Transfermarkt suchen wir nach einem neuen rechten Verteidiger eine Verstärkung für die Position. Und die könnten wir vielleicht auch in einem ehemaligen Spieler finden. Denn John Joe Kenny hat bei Everton ja keine allzu gute Saison erlebt. Der Klub war im Abstiegskampf mit dabei, konnte sich zwar retten, aber Kenny war nicht immer komplett gesetzt. On top läuft sein Vertrag im Sommer aus, sprich er wäre ablösefrei zu haben. Und über seine Zeit auf Schalke, denn er war als Leihspieler vor zwei Jahren schon für uns aktiv, blickt er immer noch sehr, sehr gerne zurück. Ich habe mich von Beginn an dort wohlgeführt. Die Verantwortlichen, das Trainerteam, meine Mitspieler, alle haben mich von Tag 1 an super aufgenommen, haben mir Vertrauen geschenkt. Und ich habe mein Bestes gegeben, das Tag für Tag zurückzuzahlen, sagte Kenny nun im Interview mit Sport 1. Und ich denke mal, das können wir auch alle bestätigen. Kenny war sicherlich noch einer, der sich immer den Allerwertesten aufgerissen hat, für uns Schalke gekämpft hat und deswegen auch sehr gut zu uns gepasst hat. Und nun ist er eben ablösefrei zu haben. Eine Rückkehr in die Bundesliga kommt für ihn auch durchaus generell in Frage. Die Bundesliga gehört für mich zu den besten Ligen der Welt. Superstadien, tolle Fans und attraktive Mannschaften, schwärmte er von unserer Liga. Und auch eine Rückkehr zu uns könnte er sich zumindest vorstellen. Schalke ist der einzige Verein aus der Bundesliga, für den ich gespielt habe. Daher habe ich natürlich eine besondere Bindung dorthin. Aber es gibt viele interessante Vereine in Deutschland. Die Liga bietet einiges, so Kenny. Natürlich ist auch noch weiterhin möglich, dass er bei Everton verlängert oder generell in England bleiben möchte. Aber auch eine Bundesliga-Rückkehr ist durchaus realistisch und dann vielleicht so ein Schalkern. Also ich finde, John Joe Kenny hat bei uns einen guten Einung hinterlassen. Wenn man ihn jetzt ablösefrei kriegt mit einem relativ geringen Gehalt, dann ist das sicherlich eine interessante Option. Aber da glaube ich nicht zwingend dran, weil eben Kenny von Everton käme, wo er sicherlich ein paar Millionen bekommt und die werden wir sicherlich nicht als Gehalt zahlen können. Aber generell das Gedankenspiel und auch von seiner Art und Weise, wie er als rechter Verteidiger auftritt, würde da schon passen. Und das waren also Schalkes Daily News. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! Anale Schalker